... haben Sie das verstanden? Er hat sich auf dem Parkplatz ergeben. Ist unbewaffnet. Nehmen Sie los, bevor ich die Dienstaufsicht verständige. Das ist für Mr. Reddington. Das sind Beweise. Reddington hat Sie kontaktiert. Nun, ja, er... Ja, wir haben uns unterhalten. Bei vorgehaltener Waffe. Lange Rede, kurzer Sinn, er hat den Verräter identifiziert. Wer zur Hölle ist Newton Phillips? Ja, wir können hierherausch arbeiten. Nein, nein, nein. Das ist nicht das. Ich habe mich Untertitelung des ZDF, 2020